Wohin? Wo uns die Templer-Sache hinführt. Liam, seit wann segelt ihr ohne einen Plan? Plan oder nicht. Wir wählen unser Schlachtfeld selbst. Und hey, sind wir nicht auf See zu Hause? Recht habt ihr. Setzen wir Segel. Wir haben nur eine Spur, Shea. Hoffentlich führt sie uns zu den Artefakten. Also betreute Achilles euch mit der Mission? Nein, ich soll euch damit betrauen. Ihr müsst finden, dass Makondal gestohlen wurde, Shea. Findet die Vorläufer-Schatulle und das Manuskript. Das ist eure Mission. Und die eure? Euch zu schützen. Achilles vertraut mir nicht richtig, oder? Gebt ihm Zeit, Shea. Tut dies für ihn. Für uns. Und ihr gewinnt viel mehr als Vertrauen. Liam, wisst ihr, was Achilles da schreibt? Er ist die ganze Zeit in seinem Büro. Vor seinen Papieren. Er macht Notizen und schreibt. Stubiert das wenige Wissen über die Innenstädte. Und korrespondiert natürlich mit Assassinen rund um die Welt. Natürlich. Liam, ihr seid ein rechter Eintreizkinsel. Wenn ihr annehmt, jeder wisse dasselbe, was auch ihr wisst. Was soll ich machen, wenn Achilles will, dass ich mit unseren Brüdern in Europa und anderswo verkauft bin? Worte des Lieblingssohns. Worte des Lieblingssohns. Schnell, kriegen wir in den Wind! Hebt dem Wind nach! Alle sperren! Keine Segel! Feuer! Keine Segel! Verriss ein! Geh, Segel! Die Höhen nehmen wir auf, Gein! Nehmen Sie uns vom Raum! Segel! Segel auf, Gein! Feuer! Bereit zu schießen, Captain! Feuer! Feuer! Diesmal haben Sie uns! Feuer! Trifft ihn auf uns, Rahmsegel! Feuer! Bereit zu feuern, Captain! Feuer! 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 Achtung! Wir schoßen zusammen! Feuer! Achtung! Achtung! Ein, Mann! Fekbar! Feuer! Segel setzen! Hochmänner, setzt die Warmsegel! Arsch- und Topsegel bergen! Großmast, an die Siegel! Arsch- und Topsegel- Ach, ein Bupfer! Ach, ein Bupfer! Ach! Weig! Ach, ein Bupfer! Ach, ein Bupfer! Was ist das? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Alle Mann festhalten!